das ist geschenk dafür dass ich sein whisky gefunden habe es es ist ein einzigartiger ausdruck der dankbarkeit da waren einige echt süße fotos von cape und ethan drauf ich hab's darf kein einziges mal besiegt das muss bedeuten dass ein sieg überfällig ist oder ich weiß nicht mal ob ich das richtig mache aber ich hatte das gefühl ich muss etwas tun ich glaube die mütze war hier es gibt nur einen weg ist herauszufinden da ist sie ja ich muss nicht wissen wofür die war halb person halb kipp laster ich verstehe dich noch eine von gabes versteckten dosen man oh hi wo passt du wohl hinein steff weiß wie man mit wenig geld ein lab veranstaltet hoffentlich gefällt es ethan scheiße die feder muss von der mütze abgefallen sein vielleicht ist sie hier irgendwo das hatte geld bei sich park hat mir die vor ein paar tagen vom gerichtsmediziner vorbeigebracht ich habe mich bisher gedrückt die durchzusehen okay man kriegt den jungen aus dem jugendknast ein streichholz übrig ich weiß nicht warum aber es muss etwas besonderes für gelb gewesen sein man weiß nie wenn man ein streichholz braucht ich gebe noch nicht auf gabe ich suche lieber nach der feder was die details angeht ist der fecht kleinlich diese feder trennt die straßenmusiker von den baden okay jetzt brauche ich nur noch meine gitarren das leben in hayen wäre viel schlimmer ohne diese zwei weirdos ein einweihungsgeschenk von elenor sie meinte gabe hat diese kleinen kerle geliebt aber ohne sonnenbrille jetzt sind wir einen schritt näher dran steff ich werde dich umbringen ich wünschte ich wäre steffs rat gefolgt wow steff ist ein rockstar dass sie das zusammengestellt hat ethan wird ausflippen ja 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 ich Das war bestimmt von Gabe. Die Liste ist echt lang, aber ich wette, er hätte alles abgehakt. Wow, Gabe. Du findest immer noch Wege, mich aus der Bahn zu werfen, ha? Eine Schreckensratte schließt sich deiner Gruppe an. Meine bevorzugte Waffe. Alex D. Baden. Zu Ihren Diensten. Zeit loszuziehen. Danke. 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 Der Vater von Ogarn. Gefährlich und groß. Doch Hainor vertrieb sie mit nur einem Stoß. Meine Güte! Ihr müsst also die Bardin Alexandra sein, deren Leader magische Kräfte haben. Mir scheint, als wäret ihr genau die Helden, die ich brauche. Mein Name ist König Tabor. Das Zeitalter der Monster kam über mein Königreich. Furchtbare Kreaturen wandeln umher und mein Volk lebt in ständiger Angst. Aber es gibt noch Hoffnung, denn eine uralte Prophezeiung besagt, dass drei Seelenjuwelen uns alle retten können. Ihr müsst losziehen, um sie zu suchen, dabei den Gefahren trotzen und mir die Juwelen bringen. Habt ihr verstanden? Klar. Äh, ja. Gut. Dann zieht los. Sofort. Mein Volk verlässt sich auf euch. Sollen wir mit der Hauptstraße anfangen? Okay. Zeit, ein paar Juwelen zu finden. Das ist echt irgendwie aufregend. Wo sollen wir nur danach suchen? Ist das eine Schriftrolle? Was ist das? Es ist eine magische Schriftrolle, die wir in Kämpfen einsetzen können. Oh, cool. Lass uns so viele wie möglich finden. Okay. Es ist ein Wolf. Ein Schreckenswolf. Scheiße, was machen wir jetzt? Ich glaub, wir müssen kämpfen. Flammklinge. Flammklinge. Verstimmter Akkord. Ein Schaden. Zwei Schaden. Ich meine immer noch. Schild des Mutes. Ergreifende Hymne. Verdoppelt Thanos nächsten Angriff. Beschützt durch das Schild des Mutes. Ich meine immer noch. Viel Schaden. Beute. Oh, cool. Ich hab einen magischen Angriff. Ein Schaden für Verbündete? Ich bin lieber nett zu Thaenor. Komm, wir gehen weiter. Was denkst du, wofür der Schlüssel ist? Vielleicht kann man damit etwas in einem dieser Läden öffnen. Hm. Hat Ethan das fallen lassen? Ich hab schon mal einen Überschlag gemacht. Niemals. Beweis es. Du kriegst einen Dollar, wenn du es schaffst. Das hab ich. Ich muss es nicht beweisen. Ich sag Mama, dass du mich ein Lügner genannt hast. Ach ja? Mach's doch, wenn du dich traust. Das macht wirklich richtig Spaß. Voll, oder? Wie können wir sicher sein, dass er tot ist? Sollen wir ihn kitzeln? Hör auf. Bleib ernst. Für sich, für dich. Sieh an. Wen haben wir denn da? Eine Schriftrolle? Ja. Sieht aus, als sei die Black Lantern Teil des Labs. Könnte da etwas in der Gasse sein? Das ist öde. Hör auf zu sprechen, Geliebter. Sch, sie sind hier. Wehe mir, wehe mir! Vorsicht vor dem Flussmonster? Pff. Das ist meine Arbeit zu schützen. Niemand. Eins, zwei, drei. Ich kontrolliere mich. Eins, zwei, drei. Ich kontrolliere mich. Es ist ein Buch für verdammte Kleinen. Seid ihr grüßt. Ihr seht aus wie Abenteurer. Vielleicht kann euch die Älster aushelfen. Was für ein undankbares Leben. Ein Schmied im Zeitalter der Monster zu sein. Wow. Es ist wirklich cool, wie viele Leute Steph davon überzeugt hat, mitzumachen. Alles in Ordnung? Ihr wirkt recht... äh... grießcremig. Ich habe die Zusammensetzung von Sonnensilber vergessen. Ihr kennt sie nicht rein zufällig? Ähm... Wenn wir es rausfinden, sagen wir es euch. Darauf kann ich wohl lange warten. Ich wette, im Plattenladen gibt es was Cooles. Sieht aus, als sei die Black Lantern Teil des LARPs. Ich konnte einfach nicht schlafen. Immer, wenn ich meine Augen zumache, schießen mir all diese Gedanken in den Kopf. Diese Schuldgefühle. Also liege ich einfach nur da, weine und komme mir vor wie ein schlechter Mensch. Sie sprachen von Reue. Könnten Sie das näher erläutern? Was genau bereuen Sie? Ich weiß nicht. Ich bin mir im Moment bei nichts mehr sicher. Willst du einen Black reinwerfen? Ja. Lass uns reingehen. Ja. Was ist hier passiert? Seid ihr der Schankwirt hier? Nein, den Schankwirt fraßen die Monster. Wir müssen uns wohl selbst bedienen. Erkennt ihr diesen Schlüssel? Der gehörte Barry, dem Tavernenbesitzer. Dort drüben liegt noch sein Bein. Oh. Falls ihr also alle Schlösser ausprobieren wollt, wird er euch bestimmt nicht aufhalten. Mal sehen, was es hier so gibt. Genial, wie ich Steph davon überzeugt habe, dass mein Charakter allein in einer Bar sein sollte. Alle Getränke, die ich will. Hm. Nicht sicher, was ich davon halten soll. Ich frage mich, ob Alexandra die Bardin es in die Tavernen Top 20 geschafft hätte. Da kommen wir jetzt nicht drum herum, oder? Steph hat sich ja voll ins Zeug gelegt. Ich hab tatsächlich Mitleid für diesen Menschen. Ugh. Harter Tag für Barry, den Tavernenbesitzer. Denkst du, wir hätten das vielleicht verhindern können, wenn wir eher hier gewesen wären? Eher nicht. Vermutlich waren wir bei König Tabor, als es passiert ist. Hausbade? Sorry, Steph. Alexandra ist glücklich mit ihrem derzeitigen Job. Oh hey, eine Münze. Ich will mich jetzt auf Ethan konzentrieren. Was ist mit dem Rest des Notenblatt passiert? Was ist mit dem Rest des Notenblatt passiert? Das Königreich hat ernste Probleme. Die dreizehnte, fünfjährliche Versammlung der Daego-Keksburschen wird hiermit zur Ordnung gerufen. Es betrügt mich zu verkünden, dass alle sechs von uns weiter auf den Beinen und über der Erde sind. Erster Ordnungspunkt. Ducky, wenn du raten müsstest, wie lange hast du noch vorzuleben? Lange genug, um abzukassieren, Gordon. Und keine Minute länger. Ich krieche mit eurem Anteil in meinen steifen Fingern Richtung Grab. Lasst euch das gesagt sein. Das ist hoffentlich abwaschbar. Dieses Lab ist wirklich sehr detailliert gestaltet. Stef hat echt an alles gedacht. Sie ist unglaublich. Lawrence wird wohl einen neuen Unternehmensberater brauchen. Genial, wie ich Stef davon überzeugt... Ja? Wie habt ihr diesen Angriff denn überlebt? Ich bin nicht stolz darauf, aber ich stellte einer alten Frau ein Bein. Die hat's doch verdient. Deizige Spülhilfe. Erzähl ihm von unserer Quest. Wir beide beenden das Zeitalter der Monster endgültig, damit ihr nicht weiter in Angst leben müsst. Ist das so? Dann gebe ich euch etwas, das nützlich sein könnte. Danke. Ich nehme dann mal an, wir werden einer Schlange begegnen. Wie ich sehe, genießt ihr einen Schluck Ale. Ihr habt einen Monsterangriff überlebt. Ich denke, ihr habt euch ein paar aufs Haus verdient. Weiser als euer Alter vermuten lässt. Wir sehen uns noch ein bisschen um. Viel Glück. Ich glaube, ich glaube, ich habe alle Fächer durchsucht. Da weiß jemand, wie man Pano beschäftigt. Tschau. Viel Erfolg. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Sieh dir mal an, was ich in der Truhe gefunden hab. Nicht schlecht, Theanor. Ich denke, in der Black Lantern gibt es noch mehr zu finden. Einige Sachen da drin waren echt interessant. Ich wette, im Plattenladen gibt es noch mehr zu finden. Das ist was cooles. Könnten wir doch zurück in die Taverne, wenn sie voller Leute ist. Sie war doch voller Leute. Voller lebendiger Leute. Natürlich. Söldner unter... Ich glaube, das ist... Eine schicke Kunstgalerie. Warte. Nein. Es ist ein Zoohandel. Nur zu. Monster oder Mensch? Mensch. Herein. Bitte entschuldigt das Schloss. Wir leben in gefährlichen Zeiten. Willkommen im Elster-Emporium. Oh, das ist also ein Zauberladen? Hey, ich schau mich mal ein wenig um, okay? Okay. Ich schau mich mal ein wenig um. Be義ben in einem neuen Schggel. Wir kommen euch an. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Boah, du Klugscheißer, da ist eine Katze draußen vorm Laden. Mann, kein Plan, sie hat kein Halsband. Ach ja? Ich rufe Pike an und frage, ob jemand eine Katze vermisst. In der Zwischenzeit rate mal, wer mit mir zur Arbeit kommt. Ja, wer? Ja, wer? Ja, ganz genau. Wenn ich höre, wie Steph in Babysprache mit dieser Katze spricht, kann ich in Frieden sterben. Ob man sowas trainieren kann? Zaubersprüche. Echt niedlich, Steph. Kann man diese Zauber kaufen? Nur für Mitglieder. Golems, Gebühr zum Erwecken nicht enthalten. Oh, Steph. Der sieht richtig echt aus. Er schmiedet das Himmelsschwert der Macht. Ach ja? Irgendwann wird Zainos finden. Als klassisch ausgebildete Bardin muss ich sagen, die Musik ist nicht schlecht. Mann, mein Liebesleben hätte ein oder zwei Wahrheitszauber gebrauchen können. Oh, hey. Sonnensilber. Wir sollten es dem Schmied sagen. Ich würde gern eines dieser Barden-Instrumente ausprobieren. Dafür müsst ihr einen privaten Termin vereinbaren. Das wird gar nicht ominös. Die würde Alexandra gerne mal spielen. Und ich auch. Als Alex sagte, ich wäre heiß. War das ihr ernst? Oder hat sie das nur so gesagt? Solche Gefühle habe ich bei Steph noch nie gesehen. Vielleicht kann ich ihr Selbstbewusstsein aufbauen. Sie ist immer so selbstbewusst. Ich wette, wir sollen hier etwas kaufen. Der Seelen-Saphir ist hier und steht zum Verkauf. 10.000 Gold? Okay. Offensichtlich gibt es einen anderen Weg, ihn zu bekommen. Warum kostet der 10.000 Gold? War ich zu großzügig? Er kostete ursprünglich 20.000, aber... Nein! Ich meine... Vergesst es. Vielleicht können wir mit ihr ja handeln. Würdet ihr erwägen, uns den Saphir zu geben? Im Austausch für etwas sehr viel Wertvolleres. Meine Hand. In der Ehe. Mit allen verbundenen Vorteilen. Ich würde es nicht anbieten, wenn ich es nicht meinte. Äh... Ich meine... Oh Mann! Ihr seid ja voll drin! Zu behaupten, ich sei nicht versucht, wäre gelogen. Aber... Ich kann das leider nicht annehmen. Vorerst. Wir brauchen den Saphir unverzüglich, für unsere Quest, das Zeitalter der Monster zu beenden. Ich hörte... Von einem magischen Fisch, der Legende nach lebte im Fluss der Sorgen. Wenn ihr mir eine seiner Schuppen bringt, erhaltet ihr von mir den Saphir als Belohnung. Nehmen, Quest! Ja. Wir haben bereits eine Schriftrolle des Vorteils. Wollen wir denn nicht mehr... Also... Kann ich... Mit meiner Musik schon heilen? Ja... Aber die Schriftrolle heilt uns komplett. Und sie heilt auch noch Vergiftungen und so. Also ist da ganz bestimmt ein Troll bei der östlichen Brücke. Denkst du, wir können einen Troll besiegen? Ja, könnte sein. Hm. Lohnt sich vielleicht dafür zurückzukommen, wenn wir genug Geld finden. Wir haben bereits eine Schriftrolle der Gewandtheit. Ja. Ausweichen ist aber auch nützlich. Ich will. Ich will. Ich will. Ich will. Vielleicht, wenn Ethan nicht hier ist. Hm. 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 Ich denke immer noch über diesen Wandteppich nach. Der Schmied, der ein Schwert herstellt? Ja!